Ich glaube nur, was ich sehe. Wenn ich diesen Satz höre, dann muss ich immer schmunzeln, weil mir einfällt, dass Albert Einstein auf dieses Argument hin einmal zu einem befreundeten Physiker gesagt haben soll, bitte leg deinen Verstand hier auf den Tisch, damit ich sehe, dass du einen hast. Ich glaube nur, was ich sehe, das ist kein besonders sinnvolles Argument. Es ist, als würde ich sagen, naja, Fahnen flattern halt. Den Wind gibt es nicht, der sie bewegt. Den kann ich ja nicht sehen. Oder als stünde ich unterm Kreuz und hörte Jesus schrei, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und würde nun meinen, Gott hat die Welt im Stich gelassen, weil mit Jesus auch der letzte mögliche Beweis von Gottes Menschenliebe stirbt. Aber Gott ist da. Und im Schrei Jesu klingt das ganze Leiden der Welt, die nur glauben will, was sie sieht. Auf diese Not hatte ein alter, blinder Christ folgende Antwort. Wenn ich Menschen sagen höre, ich glaube nur, was ich sehe, kann ich nur mit dem Kopf schütteln. Was sollte ich als Blinder denn glauben? Es ist andersrum. Ich habe Gott in meinem Leben erfahren und ich hoffe, dass ich eines Tages sehen werde, was ich glaube.